Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie geht's Ben? Ich hab gehört, er hat euch aufs Land verfrachtet. Hat ihn die Idee der idyllischen Ruhe denn inspiriert? Ja, ja. Es ist ganz toll. Tillys Mutter, sie ist zurzeit nicht ganz stabil. Es ist etwas schwierig zu Hause. Ich war ein paar Monate weg. Erst hat sie's nicht ausgehalten, dass ich nicht da war. Und dann, dass ich wieder zurück war. Ich hab gehört, dass ihr euch getrennt habt. Das tut mir echt leid. Aber ich kann nicht behaupten, dass wir nicht auch erleichtert gewesen wären. Ach, jetzt weißt du's ja selber, da kann ich es auch sagen. Er war ein Arsch. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Untertitelung des ZDF, 2020